Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, alle Leute, heute machen wir wieder einen besonderen Fahrfilm. Könnt ihr euch vorstellen, eine Vertreter der V200 mit den SBB Leichtstahlwagen. Ja, das gab es und zwar um 1963 auf der Allgäubahn, und zwar der D96, der Isar Rhonexpress hatte genau diese Wagen drin. Am Ende der Wagen waren auch deutsche Kurswagen und die ersten fünf oder sechs Wagen hinter der Lok waren meistens eben die SBB Leichtstahlwagen, die zwischen 1954 und 1968 im Allgäu zu sehen waren. Viel Spaß mit dem Film. Vorgespannt haben wir eine V220 und eben diesen Isar Rhonexpress. Viel Spaß mit dem Film. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.